Es regnet draußen, Chester ist verloren, oh nein. Es ist wie wenn du, wenn du die Dobby die Socke gibst, glaub ich. Hier draußen ist nix. Dann ist er frei. Ich bin frei! Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Minecraft ATM. Wenn ihr Chester gesehen habt, sagt wo. Schreibt in die Kommentare, wo Chester war. Ich wollte grad Technical Overload sagen. Ja, aber das war auch der beste Titel. Was hatten wir noch so? Engineers? Zeek? Zeek? Aua! Chester! Vielleicht sollte ich auf Conduits umstellen. Da sind Conduits billiger als ... Deine Mutter? Weiß ich nicht. Energetic Alloy, Gold ... Okay, nee, sind nicht günstiger. Die sind ja günstiger als ... Was dann haben wir? Deine ... Mörder! Haben wir einen Carpenter mit Wasser? Wahrscheinlich nicht. Du hattest mal einen. Du hattest mal einen. Ich glaub, ich hab sogar zwei. Oh, warte, welche Maschine ist das überhaupt, bevor ich die jetzt mache? Was ist ein Conduit-Binder? Oh! Okay, can we win. Haben wir noch Bronze? Ja, haben wir. Wahrscheinlich eher in Blockform, aber haben wir. Haben wir. Nee, oh, warte, das ist für Copper. Falsch. Casting. Ah, man kann's casten. Casten, casten. Wer ist eigentlich casten? Wofür brauchen wir ein Casting? Glowstone, Moltengold. Destabilized Redstone. Mich hat auch keiner gecastet. Ich war einfach da. War einfach da. Äh, Redstone. Aber wo ist Chester? Wo ist Redstone? Ja, Chester ist weg. Redstone ist in den Wandregalen. Ja. Oben rechts. Oder auch in der Box, wo Metalleblöcke steht. Echt? Achso, in den Blöcken dann aber, ne? Ja. Ich kann ja kein Redstone im Blöcken. Blablabla. Blablabla. Für Vido fällst du mich. Was hast du jetzt gesagt? Haben wir noch Fenster? Äh, Glas, ja. In der großen Kiste vorm Garten. Led und Platin. Ach du Scheiße. Hast du gefunden? Ja, aber ich guck gerade, ob ich die schwarzen hier auch nehmen kann. Halt weiter. Äh, hier sind noch mehr schwarze, ne? Also Blackstained. Paneele und zwei Blöcke noch. Paneele. Ich brauch... Led. Ja. Was baust du denn jetzt alles hier? Was ist denn hier los? Ich baue, es tut mir leid, dass ich jetzt auch mal plötzlich... Ich denk, du machst Bienen. Was haben Bienen denn jetzt mit Metall zu tun? Was ist denn jetzt hier los? Äh, 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 äh. Ich hab das Gefühl, sie bauen auf einmal eine Atombombe, mein Herr. Haben wir auch noch Tin? Ne, oh, jetzt aber, ey. Auch Blöcke. Ach, ich guck gerade. Es gibt ja auch hier in der Ingot-Kiste sind, glaube ich, auch nochmal so zwei, drei drin. Aber ich hab jetzt gerade keine gefunden. Tin, tin, tin. Oh, da ist Titanium. Haben wir Gold? Ja. I'm not good. Was wird das? Das ist dein Ton, ne? Oh. Was ist denn... Hm. Alter, was wird das? Kennst du eigentlich schon meinen GIST-Stab? Was? Hast du mich gerade weggedrückt? Nein. Hier, guck mal. Uh, das ist ja ein Hook. Ja. Ich glaube, ich hatte die auch schon eingebaut. Äh, ja, hier. Kann der mich zu Chester vor? Unter freiem Himmel lädt er sich automatisch wieder auf. Das ist, also, musst du aufpassen. Huah! Wie weit kann da? Der kann schon ziemlich weit. Der kann schon sehr weit. Der kann schon hardcore. Und du musst aufpassen, du kriegst Fallschaden. Aber kurz bevor du landest, kannst du auf dem Boden nochmal gucken, dann kriegst du keinen Fallschaden oder weniger. Der ist cool. Damit kannst du auch richtig nach oben flitschen und richtig hoch fliegen. Das ist richtig gefährlich. Ich werde es mal gleich mal gucken. Gleich mal testen hier. Oha. Kann der auch so hoch? Oh, oh, der kann. Der kann gut hoch. Ja, das gleich stimmt. Und? Oh nein! Der ist super. Wieder zu Hause. Du kommst bis auf den Berg da oben. Ich fand, ich war schon ziemlich hoch. Boah, ist der f... Aber wenn du da oben an den Berg hochst... Ich mach jetzt erstmal das hier fertig und dann guck ich, ob es das andere gibt. Okay. 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 Wieso regnet das eigentlich schon wieder? Ja, das riecht nicht ganz unter. I'm Titanium. Wir haben Daconic Evolution hier drauf, aber nicht den Weather Controller. Das ist voll Mobbing. Den Weather? Den musst du killen. Weather. Ach, den Weather. Den Weather müssen wir auch killen für zwei Nether Stars, damit wir endlich Portal Gans haben. Wenn wir erstmal Portal Gans haben. Dann geht's ab. Dann geht's richtig ab. Dann werden die Kisten geschoben. Geht's ab. Die wir nicht mehr haben, weil wir ein Maze-System haben. Wie Nachbarslumpi dann. Äh, was wollte ich denn hier? Ich wollte Conduits bauen. Wollte ich Conduits bauen? Ich wollte Conduits bauen. Cannot work. Cannot work. Das hat deiner Chefin gerade auch gesagt, ne? Ich wünschte. Ich kann so nicht arbeiten. Ich hätte gesagt, oh, darüber weiß ich leider nichts. Okay. Cannot compute. Ja. Da habe ich leider keine Ahnung von. Darauf weiß ich leider nichts. Das ist nicht meine Abteilung. Das sind die geilsten. Das ist nicht meine Abteilung. Aber dann kann ich dir nicht weiterhelfen. Ach, du hast das Loch in den Boden. Ich habe das gerade zugemacht. Oh, ne, Alter. Also, ich habe einen Block reingemacht. Ich denke so, oh, habe ich das gerade aufgemacht, als ich unten das Kabel verlegt habe. Ich mache da gerade den, ich muss da gerade Strom verlegen, aber ich weiß nicht, wo wir die Kabel haben. Äh, ja, den Kabel baue ich gerade neue, weil ich habe alle verbraucht. Guck nicht! Ich fühle mich auch. Dieser Blick. Ich habe ihn gespürt. Dieser leere Blick von dem einen Auge, das ich nur habe. Ja, das Zucken des Auges. Ich habe es gespürt. Dieses langsame Umdrehen macht mich nervös, Goro. Lass es bitte. Zwei, eins, Risiko. Hast du den Ninja benutzt? Schon ist er weg. Und schon taucht er wieder auf. Hier kommt Goro bei. Was habe ich denn gerade gesucht? Resonant? Nee, nicht Resonant. Nee, du sollst die Kabel bauen. Ja, ich mache es doch. Äh. Ach, wie heißt der Scheiß? Kabel. Ich baue dem Goro jetzt die billigen Kabel gerade kurz. Wie hießen die denn nochmal? Universal Kabel hast du gebaut. Universal? Was? Basic Universal Cables hattest du gebaut. Mhm. Steel und Redstone baue ich dir eben. Ich dachte, du wolltest Kabel bauen. Hattest du das nicht gesagt? Ich reiß dich unten ab. Nein, hier. Das Kabel. Ganz viel. Zu spät. Ich habe doch gerade was gehört. War das Chester? Chester! Na, das passt. Komm, hol das Lassere. Bekam, wir ja den Jörner. Reiten um die Wette. So kennt man diese Lieder. Das ist das viel schlimmer. Da ballern wir einen Hitz 32. Das ist gar nicht mein Metier. Ist das der Wendler? Nee, das war mitgekauft. Nein, das ist doch nicht der Wendler. Egal. Egal. Der Wendler. Gibt es auch immer bei CSGO. CSGO? CSGO, COD heißt das. CSGO, Dota. Du spielst jetzt CSGO, das ist mir aber neu. Ja, nachdem alle zu Valorant gegangen sind, dachte ich ... Da kann man jetzt mit CSGO anfangen. Könnte ich jetzt mal meinen richtigen Skill auspacken, wie man das so schön sagt. Ich hab vergessen, was ich wollte. Ich hab's wirklich vergessen. Soll ja vorkommen. So, Goro, ich kompletier jetzt den ... Reaktor. Dachte ich ... Wo ist die Scheibe hin? Moment, hier hab ich bestimmt oben die Kiste getan. Unusual Princess. Komm, wir nehmen die mal einfach mit. Und dann muss ich mich teleportieren. Dafür muss ich hier hoch ... Teleportieren? Ich stell mich in den Kreis. Und dann geht's zu 50-50. Ach so. Moment, das Uranium nehm ich auch direkt mit. Glumstuck dafür. Blumstuck dafür. Zwölf Uranium. Hier ist 50-50. Zack. Wir brauchen noch Blumen. Haben wir noch Blumen? Ei, ei, ei. Bist du ne Blume? Ach, fuck! Nein! Der Reaktor ist noch gar nicht fertig. Blume, Blume. Deswegen wollte ich ... Die Kühlung. So Freunde, los geht's jetzt. Los geht's. Zeig mir, was ihr könnt No flowers Doch, jetzt plötzlich sind doch Blumen da Du hast doch gerade ein No gesagt Ja, er sagte auch eben No Verstehst du nicht In Not kühlen wir erstmal das Wasser So Ganze Ozeanlägeporn Nein, in dem Reaktor musst du ja nur Dings reinkippen Ohne Rassen, ohne Ziegen Normal, normal Das heißt nicht ändern What's a nether flower Nether ward of the nether flowers So Nefi Und jetzt kommst du Ich? Tolerance, both to Das ist smart, das ist wirklich smart Platin Warte mal, dann kann ich hier hinten Die züchten, dass die mehrere Mehrere Dinger können Mehrere Temperaturen Und dann kann ich die hier hinten Im Dschungel haben Kein Platin So läuft das Nefi, so Ganz genau so wird das Nefi Das ist wirklich gut Da hab ich wirklich Das war gute Arbeit von dir Okay Das ist wirklich gut gemacht Der Chunk da hinten ist jetzt wahrscheinlich nicht aktiviert Ähm Hier in dem Chunkloader mit Jawohl Sir, Miss Sir Jetzt hab ich Bock auf COD Hier in der Kiste sind Chunkloader Kosten ja nix Ah Ja dann Ist das Günther? Günther, was machst du Günther hier? Günther ist Günther Hup So, dann kühlen wir es mit Wasser Das ist zwar nicht so effizient Aber Ich kann mich nicht teleportieren Ach, man muss richtig draufstehen Ja, das ist Manchmal ist das ein bisschen fommelig Tatsächlich Aber besser als Nothing Juhu Radius Ja Ich will nicht Wie viele Chunks ist denn wichtig? Einer, wa? Kannst eh nur zwei einstellen, glaube ich Ja Aber was machen ich? Show Lasers Und was, wenn es nur einer ist? Uh Das ist schon sehr knapp Wir machen mal zwei Zwei Chunks Euch geht's gut Oh, na, go, bye So mag ich das Red Spy in the Base Red Spy in the Base Oh, wir brauchen richtig viel Oranium Ich muss bei Estre Sorcery weitermachen Ich muss mal ne Mod raussuchen Die ich machen kann Die nicht acht Milliarden Jahre dauert Wie Bean Aber Goro, wir haben Energie Reaktor läuft Und ich mach trotzdem die P-File Engine an, oder? Wir haben keine Batterie Äh, Kapaziter kann ich noch bauen Wo ist der Reaktor? Zweite Etage runter Hier, äh, wo sind sie? Hier, kommen sie Hier unten Achso, hier Das sind meine Versuche einer Monster-File Aber sie funktioniert nicht Wo sind sie denn? Ja, genau das Hier spaut nix Na, fährt der den Knopf? Du musst erst gucken Ja, man muss halt Ich hab jetzt eingestellt, dass der bei 75% ausgeht Und wenn er dann drunter fällt Dann geht er wieder an Und jetzt müsste das funktionieren Energy Buffer Und das geht direkt in unser Energiesystem da oben? Genau Bei 75 müsste der jetzt gleich aufhören Mal gucken Was ist hier drüber? Hier drüber ist unsere Tierfarm, ne? Äh, nee Doch, da ist ein Muffler Achso, ja Geh ich mal davon aus, dass das hier Hat der jetzt ein Redstone-Signal gehen? Ja, hat er, okay Wir müssen langsam mal wieder die KFC Ja, ich hab schon reingeworfen vorhin Okay, ja, ja Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unbegrenzt, äh Dings Ne? Active while below Ah Weißer Das war falsch Unbegrenzte Dings Unbegrenzt nicht, weil Uran ist halt nicht unendlich Nefias Ja? Das ist unbegrenzt Uran hat keine Nachteile Keine Energie hat keine Nachteile Nefias Hätte sie halt wirklich nicht Wenn es diesen Atommüll dahinter ja nicht gäbe Na ja, na ja, na ja Come on, oh, das haben wir, hm, ah, das haben wir vergessen Hubola Was ist das denn? Das war bestimmt früher echt so So, die haben die Atomenergie erfunden Und dann Chef, was machen wir denn jetzt mit den alten Stäben? Was für alte Stäbe? Das ist nicht, ja, Marie Curie Die Die Strahlung entdeckt hat Weiß ich Oh, das war der Ich glaube, ja Da bist du jetzt der Geschichtslehrer Da bin ich raus Ich glaube, es war Marie Curie, die das Die die Strahlung entdeckt hat Und den Tod durch Strahlung Belasten Ja, hat halt Wenn du halt damit rum experimentierst Bist du zu viel geforscht? Eskaliert das halt Ich meine, so war das Ich hab die Strahlung entdeckt Sie und ihr Mann haben die Strahlung entdeckt Und den Tod durch Strahlung Das ist natürlich belastend dann Ja Tja Shit happens Wie man so schön sagt Ach, Leute Kann ich nicht irgendwie irgendwas bauen Womit ich Womit ich hier Äh, wie heißt das? Was ist das denn? Was ist das? Was denn? Oh, Feststelltaste Äh, möchten Sie die Einrastfunktionen Aktivieren Nein Kannst du das ME-System bauen? Das stimmt, das könnte ich machen Ich kann auch Karton Craften Brauch noch ein ME-System Äh Den Digital Miner Kannst du auch bauen Der ist auch geil Mit dem können wir gut Erze holen Gezielt Den kannst du nämlich auf Zum Beispiel auf Diamanten einstellen Und dann holt er die Ich weiß jetzt einfach, was ich crafte Und dann nächstes Mal Mache ich mich an ein An ein Projekt Ob es das ME-System wird Man weiß es Ich glaube nicht Wenn du das schon so sagst Wenn man was so sagt Also Ich mach ein Projekt Das klingt schon so So was? Shady Shady, shady Da ist überhaupt nichts Shady dran Ich will einfach nur Ein Projekt machen Denn das ist dein Projekt Hast du jetzt ein Hornbach-Placement am Start Oder was? Hornbach? Feinkost, Käfer Haben wir schon lange nicht mehr erwähnt Ja, ich hab angeschrieben Aber die wollten nicht Das war denen zu sehr in the face Weißt du? So von wegen Gebt uns Geld Dann haben die gesagt Ei Oh, guck mal Da drüben Da Guck mal Da drüben Hier Viel besser als Für uns Irgendwas wollte ich Ja Man kann nicht mit einem angebrochenen Flint-Und-Stil Craften Wir haben auch keinen Flint Ach doch, da Doch Doch Ja, hab ich jetzt auch gesehen Ah Mann, Mann, Mann Dass man immer erst ausgeschimpft wird von dir Nur wenn man mal kurz Ein Fehler begeht Wollte ich denn Hier ist 41 Charcoal In der Kiste War das bevor Oder nachdem du das gemacht hast? Das hab ich gemacht Nochmal Glück gehabt Goro, was wollte ich denn? Capacitor bauen Mein Gott Danke Bitte Das ist doch nicht wie Was geht's? Was? Was ist das? Das ist ein Smoker Ach, damit die Bienen nicht so ausrasten Feuer Feuer Ihr Büro brennt Feuer Du, 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 du Damit die Bienen nicht so ausrasten Ja, ist das nicht dafür? Ja, doch, dafür ist es da Oh, Goro Komm mal mit Nee, es ist gerade nacht Ich lege erst mal hin Und dann komm ich mit Nein, komm runter Nein, ich lege mich hin Aber wir müssen kurz runter Ich will dir was zeigen Ja, zwei Sekunden Los Ganz runter Da ist ne Treppe Oder so Kennst du schon Grains of Infinity? Grains? Okay Grains Grains kenn ich Grüße gehen raus Was meinst du, wie doof ich geguckt hab Da kommt jetzt so 50% Zeug, Material raus Das ist, das kannte ich vorher nicht Das ist voll neu für mich Man kann mit Bedrock was anfangen Aber wir haben gerade kein Glück Ah, jetzt Hast gehört? Was hast du rausgekriegt? Ja Ja Da, das Hier Kenn ich nicht Kann ich auch nicht Voll crazy, oder? Was kann das? Das ist halt ein Material Da brauch ich jetzt für die Capacitor Brauch ich das zum Beispiel Hier Voll geil Puff Strange Ist halt geil, ne Dass du das einfach anzündest Und dann kommt das da raus Kann ich mich bis oben hin Oh, das Nee Nee, nee Aber bis zu den blauen Kristallen kommst du Oh, du bist sogar ins Loch, Alter Oh, 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 oh Jetzt muss ich das ausschaffen Jetzt muss ich das ausschaffen Ah, ich bin sogar in die Tausche höher Jawoll Oh, 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 oh Sick, Alter, sick Oh, fuck, ich hab mich fast umgebracht Ah, haben wir Aber erst warst du imponiert Nein Oh, Gott Ja Ich war echt imponiert Aber richtig schön smooth ins Loch reingerutscht Ins Loch so Reingeslighted Nein, das war Zufall, aber es sah gut aus Das war überhaupt kein Zufall, das wollte ich Ja Nein, wirklich Das sind meine Aufträge Ja, okay Hast du sie vorher schon aufs Loch fixiert Und selbst wenn Ja, ist okay Wenn's geplant war, umso besser eigentlich So ein richtiger MVP-Move noch zum Ende hier Einer hat es Einer nicht Oh, Lifespan ist long, das ist schlecht Und dann auch noch ein Slow Worker Das hier ist eine Short Lifespan Dritte Generation Was hat er denn? Der arbeitet auf jeden Fall nachts Slow Worker Short Lifespan Wenn's aber sein, wir beenden die Folge Ja, ich denke auch Ich denke, das ist eine sehr gute Idee, Nephias Da kann man auch nichts falsch machen Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Schaltet nächstes Mal eine Folge wieder ein Wenn es heißt Let's Play Minecraft ATM Mit Guru Bai und Nephias Ich würd mich freuen Bist du dabei, Nephi, in der nächsten Folge auch? Weiß ich nicht Kommt drauf an, ob ich eingeladen werd Gut, werden wir mal sehen Wir treffen uns dann auch wieder auf dem Teamspeak Wie früher Teamspeak? Okay, ich ruf dich bei Skype an Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Tschüss